Hey, was geht? Heute gehen wir mal... Warte mal, ich hab da auch was. An Fleck. Und geht es weg. Egal. Ich hab heute keine Zeit, Reaktionsvideo aufzunehmen. Deshalb mach ich einen kurzen Vlog wieder. Jetzt hab ich ja nicht viel aufgenommen mit dem Casco. Aber ich hab ein bisschen Schiss. Naja. So. Ich geh gleich zum Medica. Also nehm ich euch mit. Ist nämlich schon am Abend fast. Noch keine Zeit aufzunehmen. Muss Rudelsoße sein, glaub ich. Oder sowas hier. Egal. Ja, wir sehen uns gleich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020